Ketzer-Podcast, hallo? Hallo, hier ist Frau Margot Käßmann. Guten Tag, Frau Wörst-Käßmann. Wie können wir Ihnen helfen? Ich bin empört über die Hochzeit und Christian Lindner. Da habe ich Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Na, dann schießen Sie mal los. Weshalb wünschen zwei Menschen eine kirchliche Trauung, die bewusst aus der Kirche ausgetreten sind, ja öffentlich erklärt haben, dass sie sich nicht als Christen verstehen? Aber das schickt sich doch nicht, eine private Veranstaltung für politische und christliche Inhalte zu missbrauchen. Die Kirche wurde missbraucht als Kulisse. Hier ist es nicht um christlichen Inhalt gegangen. Oh, Missbrauch in der Kirche, da sollten wir was tun. Genau, für eine solche Trauung sollte sich die Kirche nicht missbrauchen lassen. Aber es geht doch darum, ob sich zwei Leute lieben. Nein! Und außerdem, was ist mit Lothar Matthäus 18, 19? Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren vor meinem Vater im Himmel. Falsch! Da steht nichts von Mitgliedschaft. Damit eine kirchliche Trauung stattfinden kann, muss mindestens ein Ehepartner Kirchenmitglied sein. Aber der Pfarrer ist doch Mitglied und der hat die Ehe geschlossen. Aber nicht die Ehe, sondern die Rechtslücke muss geschlossen werden. Schnellstmöglich! Was könnte denn überhaupt Schlimmes passieren? So dekratieren wir unsere traditionellen Räume, in denen Christen Gott die Ehre geben zu billigen Event-Locations. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich Willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße Ramona. Hallo Ramona! Halli! Hallo! Hallo! Und Christian, hallo Christian! Hallo! Seine Leitung wurde gehackt, aber sobald wir ihn, solange wir ihn hören, ist ja gut. Und Victor, hallo Victor! Du sagst es. Wir kommen zu unserer Themenübersicht. Wir haben ein paar gute Themen ausgesucht. Und zwar, den Gott der Sendung. Die Gottheit der Sendung heißt diesmal Alles. Klingt ja sehr spannend. Dann haben wir einen Beitrag über Bischof Scheuer. Und er meint, Gott sah, dass es sehr gut war. Und das gilt. Und das werden wir mal untersuchen. Und kommen wir jetzt aber zuerst mal zum dummen Anruf. Und ich übergebe das Wort an Christian. Christian, führ uns mal ein. Was war das Dumme am dummen Anruf? Zuerst einmal gratulieren wir Herrn Christian Lindner und seiner Frau zur Hochzeit und wünschen Ihnen alles Gute auf diesem Weg. Ich hoffe, dass die Familie glücklich wird. Und trotz dieser politisch angestrengten Position und der unsicheren, zukünftigen, als Politiker ist es ja immer, immer was zu tun. Aber es ist so eine Soap-Comedy, wenn quasi der Finanzminister heiratet. Da gab es ja auch früher so einen Film, wie Präsidenten als Junggesellen heiratet. Das ist etwas, worauf man positive Sachen machen kann, denke ich mal. Und so sehen wir das auch. Denn wir hacken hier nicht auf Herrn Lindner rum, was so alle Männern machen. Sondern wir freuen uns zusammen mit dem Paar und wir freuen uns mit Frau Kilsmann, dass sie quasi noch eine Hochzeit mehr hatte, als sie erwartet hat. Und im Gegensatz zu uns, hackt sie hier rum und politisiert und religiisiert das ganze Thema und muss da schlechte Stimmung verbreiten. Und das wollten wir thematisieren. Hat sie recht? Hat sie nicht recht? Das ist unsere Richtung. Uns geht es hier nicht um irgendwie Politik oder um das Paar, sondern geht es darum, soll die protestantische Kirche und in Zukunft auch noch Kirchenmitgliedern das ermöglichen, zu heiraten wie dem Paar von Herrn Lindner und seiner Frau? Am Schluss hat sie ja gemeint, die Kirche wäre ja nur ein Eventlocation. Das finde ich irgendwie besonders verblüffend, weil ja letztlich die Kirchen, jetzt die katholische Kirche ein bisschen mehr als die evangelische, aber sie hängen da beide mit drin, sind doch Eventlocations. Das ist alles so gemacht, dass da Events stattfinden können. Also finde ich komisch. Finde ich das nachvollziehbar, dass sie da sagt, es darf keine Eventlocation sein? Ich rede hier vom Gottesbeweis durch Architektur. Es muss doch einen Gott geben, wenn er so eine große Eigentumswohnung hat, in der Mitte vom Stadt am besten Platz. Die haben früher in der Spätantike auf den Foren haben sie die Kirchen gebaut, sodass das Forum als Kommunikationsraum nicht mehr zur Verfügung stand, sondern da stand da eine fette Kirche drauf und den besten Bauplatz. Und da haben sie quasi ihre Eventlocation hingestellt für ihren Gott, um den anderen zu Protzen zeigen, da, da ist er, das ist das. Und früher haben die alles gemacht in der Kirche, Märkte und sonst was. Also das war nicht so eingeschränkt wie heute, dass man nur noch Gottesdienste hat und so Kram. Heute ist es ja eigentlich üblich, dass die Kirchen zu bestimmten Feiertagen und Anlässen besucht werden. Also bei den persönlichen Sachen ist es Taufe, Geburt, Tod, Heirat, aber auch die großen christlichen Feste, Weihnachten, Ostern und so weiter. Das heißt also, jemand, der dieses normale deutsche Leben lebt, das deutsche christliche Leben, der besucht die Kirche doch im Wesentlichen als Eventlocation. Und das heißt also, sie wendet sich ja nicht nur gegen Christian Lindner hier, sondern eigentlich gegen alle evangelischen Bürger, die halt die Kirche dann besuchen, wenn man sie halt so besucht. Das ist doch ein Angriff auf alle. Es kommt mir noch hinzu, dass jedes Mal, wenn ein Zug verunglückt und man als Atte ist, dann unter den Todesopfern rausgekramt wird, da wird man schnell in die nächste Kirche reingeschoben, wo dann irgendwelche Politiker sagen können, wie traurig das alles ist. Und man wird nicht gefragt, ob man überhaupt einen Pfarrer dabei haben möchte bei dieser Veranstaltung. Denn, stell dir mal vor, ein Bus voller Atheisten verunglückt bei ihrem Besuch auf Hawaii. Und dann gibt es eine große Gedenktrauerveranstaltung mit dem Bundespräsidenten in der Kirche am Kudam. Da werden die Betroffenen nicht gefragt, ob sie da instrumentalisiert werden für eine Kirche. Und dafür sind sie nicht zu schade. Da wird nicht gefragt, ob das Muslime waren oder sonst was. Das gibt dann vielleicht noch einen Priester von einer anderen Religion dazu. Aber wenn ihr jetzt zwei was Positives machen und einfach heiraten wollen und sagen, hier, schöne Kirche und so weiter, dann muss die Käsmann ihrem lokalen Fuzzi vor Ort, der sich sicherlich gute Gründe gehabt hat, das zu machen, reinreden und sagen, nee, 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 will ich nicht. Ja, ich frage mich auch, darf man sich die schönen Dinge rauspicken? Dagegen wendet sie sicher. Man muss schon das ganze volle Paket nehmen. Ramona, wie siehst du das? Ist das okay? Eigentlich schon. Weil ich bin auch der Meinung, dass Kindertaufe nur sein sollte, wenn man an die Auferstehung glaubt und dass die Jungfrau das Baby bekommen hat und alles. Also, nur wenn man davon überzeugt ist, sollte man seine Kinder taufen dürfen. Ich finde, man sollte als Eltern nicht nur Mitglied sein, die sollten auch, wenn sie ihre Kinder taufen wollen, sondern auch geprüft werden. Ich sehe das ganz streng. Die sollten geprüft werden, ob sie das überhaupt alles so sehen. Also, ich stimme schon der Käsmann zu. Aber ich verstehe den Lindner auch nicht. Auf der einen Seite, ja, okay, man darf das machen. Ich finde das auch, das ist okay, dass er das macht. Aber ich frage mich, warum? Es gibt so viele Locations, tolle Locations. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Kirche sein. Gerade, weil die ja aus der Kirche ausgetreten sind. Ich kann es irgendwo nicht verstehen. Ich meine, Lindner hat auch den Amtseid auf Gott abgeschlossen. Also, er hat sich nicht ganz getrennt von der Kirche. Ah, okay. Was mich so ein bisschen anstrahlt, ist eben dieses Rauspicken. Weil ich finde nämlich, die Käsmann, und das hat ja der Matthias in seinen Beiträgen immer wieder auch rausgearbeitet, ist doch gerade diejenige, die sich immer die Dinge rauspickt, die sie gerade braucht. Wenn sie gefragt wird, schickt Gott uns die Corona-Pandemie oder Gott schickt keine Seuchen und so weiter. Sie dreht sich doch immer alles so hin, wie sie es gerade braucht und nimmt sich so ganz bestimmte kleine Stückchen aus der Bibel so raus. Das ist doch auch der Grund, warum sie einen strittigen Ruf hat als Theologin. Und jetzt fährt sie da die anderen Leute an, weil sie sich halt Sachen rauspicken. Finde ich komisch, gerade aus ihrem Mund. Ja, klar. Sie hat ja auch so eine Wischiwaschi-Theologie, wo man so Assoziationen immer hat. Ich habe ja mehrere von ihren Büchern lesen müssen. Und das ist einfach, da fehlt der Faden. Da wird immer eine Anekdote gemacht und dann wird irgendwas aus der Bibel rausgepickt und das nächste. Also so eine richtige Theologie kann ich nicht sehen. So eine Brigitte-Theologie irgendwie so. Sie steckt da also absolut im Glashaus. Aber ich bewundere ja Christian Lindner, weil er hat es ja geschafft, quasi auf der einen Seite den Wunsch, wahrscheinlich seiner Frau zu erfüllen, dass man kirchlich heiratet und auf der anderen Seite diese langfristige Kirchenmitgliedschaft dann zu umgehen, die mit allerlei finanziellen Bürden und anderen Kram, dass man sich mit denen quasi dann, ist ja wie im ADAC zu sein, plötzlich muss man auch gegen das Tempolimit sein. Obwohl, das wäre jetzt bei Lindner nicht das Problem. Aber dass du quasi dann drinsteckst und gefangen wirst in der Kirche und nur weil du einmal heiratest. Und dann musst du hinterher wieder austreten und so weiter. Und ich finde, er hat das System gehackt. Er ist einmal nur Kurzmitglied geworden. Nee, er ist noch nicht mal Kurzmitglied geworden. Er hat einfach nur ein bisschen was bezahlt. Kirche, Show und wieder zurück. Tralala. Zwei Daumen hoch. Ja, weißt du das überhaupt, dass der was bezahlt hat? Also ich gehe davon fest aus, dass das nicht für umsonst war. Und das ist halt in der Marktwirtschaft auch normal, dass man bezahlt für so eine Sache. Aber wenn es umsonst wäre, umso besser für ihn. Egal. Also wie gesagt, ich würde es nicht machen, dass die Käsemann sich da jetzt drüber aufregt. Man lässt halt immer von sich hören, man will ja auch mal wieder was sagen, weil es wird ja immer unwichtiger. Braucht man was zum Aufregen? Ich weiß nicht. Ja, wenn es irgendwie auf Social Media irgendwie ums Thema Kirchenaustritt geht, dann hat man eigentlich immer irgendjemanden, der sagt, hey, nur wegen Kirchensteuer, die sind geizig. Und da halte ich immer kräftig dagegen. Ich glaube, in dem Fall ist das aber wahrscheinlich tatsächlich doch so, dass der aus finanziellen Gründen da ausgetreten ist, weil sonst finde ich das nicht plausibel, dass der jetzt so eine Aktion macht. Aber er ist ja ausgetreten schon als 18-Jähriger und jetzt ist er ja ein ganz anderer Mensch. Also er ist viel älter, er ist Vorsitzender der FDP, er ist Finanzminister. Das kann man doch mit so einem quasi Teenager, der halt da irgendwie jetzt volljährig ist, vielleicht sein erstes Gehalt bekommt oder so. Das muss er neu entscheiden. Also ich war verblüfft, dass die Kirche da so erbsenzählerisch ist. Ich dachte, dass die Kirche eher sagt, unsere Türen sind offen für alle und kommt und egal, aus welchem Umfeld ihr kommt, wie euer Lebensweg aussah und so. Wir sind immer für euch da, wie Jesus. Der hat auch mit den Zöllnern gesprochen und mit den Huren und so weiter. Und dann kann er auch mit einem Finanzminister da irgendwie noch zurechtkommen. Und dass jetzt da die Käsemann da so erbsenzählerisch ist, das hat mich echt verblüfft. Ja, ich denke halt auch, dass die Käsemann einfach mal wieder von sich hören lassen möchte. Ganz ehrlich, das kann auch ein guter Grund sein. Verstehst du? So wichtig ist die Kirche nicht mehr und ihre Vertreter. Dann nimmt man jeden Strohhalm, wo man sagen kann, da riege ich mich jetzt mal drüber auf und wie wichtig ich bin und so. Und ja, weil jeder weiß ja, dass Kirchen auch vermietet werden mittlerweile schon. Und gut, sie kann vielleicht dem Pfarrer, kann sie einen Vorwurf machen, warum er sie jetzt getraut hat, weil die nicht, was weiß ich, aber das Gebäude, das ist doch jetzt echt lächerlich. Was ich da unangenehm fand bei dieser ganzen Geschichte ist, dass die Käsemann eben nicht nur mit dem Pfarrer gesprochen hat oder dass sie halt mit Juristen geklärt hat, was sind da für Regelungen und warum haben wir die und so weiter. Sondern dass sie da halt wirklich in ihrer Bildkolumne, also wirklich, das ist ja Schund, das ist ja so ein Fiction-Foxy-Heft und sie verdient damit Geld und zwar nicht zu knapp. Und dass sie da jetzt den Lindner unter den Bus wirft, damit sie da irgendwie was zu schreiben hat, das finde ich schon krass. Also ich finde, sie hätte das dann vielleicht vorher verhindern sollen, aber dass zuerst der Lindner bei dieser Pfarrei da alles klar macht und da unterschreibt und die sagen ihm, was sie haben wollen und dann sagt er, okay, das mache ich und so. Und dass er nachher dann in der Zeitung lesen muss, was er für eine Sau ist, das hat, finde ich, keiner verdient, der heiratet, sondern nach seiner Heirat, da möchte man in die Flitterwochen, da möchte man verliebt sein und nicht voller Panik jeden Morgen die Bild-Zeitung aufschlagen. Also das finde ich dermaßen hinterhältig, dass das eigentlich allein schon ein Grund wäre, möglichst einen weiten Bogen zu machen, um die Kirche, wenn man heiraten will. Also ich finde das höchst unangenehm. Da kann sich jeder fragen, der jetzt in der Kirche quasi irgendwas macht, selbst wenn er Mitglied ist, ob da nicht irgendwann irgendwas da hinterherkommt und dann ist nichts mit Solidarität eben noch gesegnet und jetzt dann mit Unrat ausgekübelt über das Paar. Das ist christliche Nächstenliebe, gelebte Nächstenliebe. Eben noch, wo ein Pfarrer gesagt hier, ja, super, dass ihr hier seid. Trauung, Gott ist auf eurer Seite. Und nächstes Mal sagt die Ex-Chefin, ihr macht das nur so, Event-Location, ihr meint das nicht ernst und so weiter. Ja, super, macht weiter so. Ich finde, hier schießt sich die protestantische Kirche vielleicht zweimal ins Knie. Zum einen erstmal dieses ekelhafte Nachkarten und zum anderen, dass sie anfangen, ihre Kirchen als Event-Locations zur Verfügung zu stellen und hinterher dann quasi, anstatt das quasi auf dem Pfarrer dann auszutoben, der ist ja schuld, nicht der Lindner. Der Lindner hat ja nur gefragt und hat es bekommen. Anstatt sich mit dem Pfarrer dort und Priester dort zu beschäftigen, beschäftigen sich die mit dem Paar. Das ist auch wirklich eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ihr wollt keine Mitglieder, so kriegt ihr keine Mitglieder. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribt, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.